Ein herzliches Willkommen Ihnen und Euch allen zu unserer Samstagsthebo. Mein Name ist Angelika Link. Ich freue mich heute durch unser Programm zu führen. Unser Motto heute 20 Jahre Lügen. Ach nein, das hieß ja 20 Jahre Bahnreform, 20 Jahre Stuttgart 21. Vor 20 Jahren wurde das Projekt Stuttgart 21 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Was haben die Tunnelbahnhofslobbyisten und Machtpolitiker uns 1994 nicht alles versprochen? Kosten maximal 2,5 Milliarden Euro, die durch Immobilien und höhere Steuereinnahmen, die durch 24.000 neue Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt und 11.000 neue Wohnungen locker wieder reinkämen. Mehr Züge, doppelt so viel wie heute, allein im Fernverkehr, eine einmalige Jahrhundertchance. Ministerpräsident Teufel sagte wörtlich, bei diesem Projekt ist wirklich kein Superlativ übertrieben. Recht hat er behalten, Recht hat er behalten, mit völlig anderen Vorzeichen. Laut Christoph Engelhardt ist Stuttgart 21 der größte technisch-wissenschaftliche Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte. Und was haben wir in diesen 20 Jahren erlebt? Mehr als 1.000 Bahnhöfe und Schalter wurden geschlossen. Abbau von Weichen und Überholgleisen. Da hat Robin Hood ein Plakat ausgelenkt. Mehr als 7.000 Kilometer Schienen wurden stillgelegt. Einen beispiellosen Arbeitsplatzabbau bei den Bahnbeschäftigten. Die Belegschaft im Schienenbereich wurde halbiert. Mainz lässt grüßen. Die Güterbahn ist auf Schrumpfkurs und trotz dieser Verschlechterungen für uns kriegen wir jedes Jahr höhere Fahrpreise. Liebe Freundinnen und Freunde! Wunderbar, dass Sie und Ihr wieder so zahlreich da seid. Das macht mir angesichts dieser katastrophalen Entwicklung hier in Stuttgart Mut. Solange wir Bürgerinnen und Bürger so wach und präsent sind und zeigen, dass wir den Lobbyisten nicht auf den Leim gehen, ist unsere Demokratie doch nicht verloren. Unsere Bewegung zeigt, dass wir uns interessieren und einmischen. Wir werden Stuttgart 21 stoppen. Wir geben nicht auf und machen weiter. Einer, der von Anfang an nicht dabei war und der auch genau weiß warum, ist Egon Popfensitz. Egon Popfensitz war von 1983 bis zu seiner Pensionierung 1994 Leiter des Stuttgarter Hauptbahnhofs und kennt den Stuttgarter Hauptbahnhof besser als jeder andere. Und heute ist er wieder hier. Begrüßen Sie mit mir Egon Popfensitz. Egon Popfensitz.